Als Maria übers Gebirge ging, die Vase in Isabel sie empfing. Was will Gott mir für Gnade gewähren, dass zu mir kommt die Mutter des Herrn? Und Maria, die Jungfrau, also sprach, wohl wie mich des Herrn niedriger magt. Doch hat er mich vor allen erkoren, aus der wird der Heiland geboren.